Halte ich euch ab? Bist du blind? Nein. Ich hab die auch mal aus dem Markt geholt, ich wollte auch Kaugubi. Ich würde mir noch einrucksfreien. Ich habe eine ganz kritische deutschen Wochenthalte entnommen. Welche? Ich glaube, die Woche war. Die Woche, ja. Du meinst dieses ganzseitige Hotel, du liegt auf Seite 3. Richtig, ja. Was hat es eigentlich gekostet? Nichts. Der Journalist hat mich zwei Tage auf der Tour begleitet. Und ich habe mit dem das abgesprochen, dass es in der Woche nach Stern, Spiegel, Fokus und der Süddeutsche kommt. Damit ist es nicht doppelt. Man muss da bei der Pressearbeit ein bisschen vorsichtig sein. Darf ich einen Einsatz sein? Sie kennen das ja hier aus. Störe ich euch? Kann ich einen Stand oder Sehen? Nein. Wo war ich noch Sehen? Entschuldigung. Wo war ich noch Sehen? Ja. Das war ein großer Augenblick für mich alleine. Weil er kam erst fünf Minuten vor Beginn der Sendung und er wurde mir angekündigt. Ja, sehr kompliziert und so. Er war total gut drauf, ey. Wie ein Doktor. Ich hatte schon heute gute. Er war echt gute. Ja, so tut es ja wahrscheinlich. Er hat dich selber dein Privatleben ausgequetscht. Ja. War das angenehm? Absolut. Das ist ja das Perfide, dass ich sozusagen den Schampen von der Boulevardpresse darf über nichts erzählen. Wer moderiert hier eigentlich? Egal. Wir haben nochmal Musik. Judge T. und der Jury. Geräusche Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020